Servus. Willkommen bei der Online-Gemüt-Saison. Vielen Dank. Wir wollen unbedingt zusammengehen. Denn wir müssen uns am Ende nahe uns zerbauen. Das heißt, wir haben irgendwann diesen Druck, dieses Essen zu suchen. Eisendwert, oder? Dann gucken wir mal unten in die Ostersputze rein. Dann haben wir das da hinkriegen. Und dann haben wir noch ein Rappikator mit mir hineinbauen. Weil ich habe die abgebaut. Weil ich das Abteil hineinbaue musste. Und dann habe ich Muskeläge weg. Maske aber nicht. Dann werden wir hineinbauen. Wenn man die Maske findet. Ich habe aber auch noch etwas weitergebaut. Da habe ich gespielt, meine ich damit. Ja. Der geht zurück zu der Biest. Den Rest der Gäser ist gleich. Wir haben nie mit in den Flüttemberg. Einige neue Baupräne. Und ich glaube, wenn das so ist. Und ich glaube, wenn das so ist. Vielleicht, dass die, die dann auf und ab aufsteigen ist. Oder ein Exo-Klett können wir bauen. Vielleicht. Wirklich. 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 Und die Eingang werden beendet. Die Treppe wird immer noch tief. Heute geht es gleich weiter hin. So, jetzt machen wir den Fabrikator hier. Jetzt gehen und dann gleich mal besser. So, jetzt gehen wir den Fabrikator hier. So, jetzt gehen wir den Fabrikator hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Ich bin der Köln und bin der Köln und bin der Köln und bin ich gar nicht mehr so dein Geh So, ich habe mir das überlegt, wenn ich denke, Und wir machen jetzt auch ein bisschen ins Wissen übergegangen und machen mit dem Dörfler. Wie haben wir das jetzt ausgesorgt? Weil er... Da ist Handik bei diesem Eingang vorbeigerand und dann hat die Tür auf. Es wollte gar nicht gehen. Und dann kann er gucken, wo der Niederschlag kommt, wenn die Glaswände landet. Die haben es auch bekommen. Hallo, Eva Renten, der Bauplaner-Team. Da kennt ihr ja auch bis in der West, wie gesagt. Ich sage, ich muss jetzt trinken. Und dann schreibe ich es. Ich habe es nicht geschützt, wenn ich den drei. Ich habe es nicht geschützt, wenn ich das immer mit dem Dörfler schließe. Ich habe es nicht geschützt, wenn ich die Flasen nicht schützt. Ich habe es nicht geschützt, wenn ich die Flasen nicht schützt, Soweit wir Essen haben und Hunger sind, gehen wir zum anderen weg und gucken, ob da das mitreicht. Und das kleine Böden ist ein Grund, das wir hier haben, und dass das ist, die Leute, die große Kraft, die nur die Wettellen ist. Und wie Sie die Kussagen im Gegenruf waren, die nur das für Menschen, die Menschen, das sie haben, beintreicht. Und wie Sie die Kussagen im Ganzen, das hat wir am Ende des Kussagen. Ich habe die Frage, dass ich mich noch nicht verstanden habe. Ich habe die Frage, dass ich mich nicht verstanden habe. Wir müssen halt gucken, was wir am Weg haben. Am Weg, zum Fahrrad. Wir müssen über den Sportpunkt gehen. Und dann halt da, was auch denken, ich hab mit der Mann auch am Essen und am Trinken. Und wir sollten Ei sammeln. Und wir sollten auch in den Sportpunkt laufen, die uns auf verhalten werden. Auch den Säuser. Der ist fried. Der ist ja austauschen. Die hiems. Die hiems. Die hiems. Ich glaube, ich werde jetzt so drei Nachholen sind, dass ich sage, die Schuster ist, dass Dann sind wir auf dem Schneider, oder was heißt auf dem Schneider? Da sind wir irgendwie weh, dass wir so langsam in Kraft verbringen. Selbstständig. Da kann man halt jetzt irgendwie da voll passen und geht auch über die Flammen. Also nur übergeben. Um, nicht du bist, weil das meine... In das Exilus geht. Aber dann... Da bin ich auch... Das ist noch nicht wichtig. Um... Ja... Oh, ja, das war mir groß. Nee, das war mir groß. Aber... ... 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 Weil ich hier nicht so etwas verraten kann, weil ich hier nicht so etwas verraten habe, weil ich hier nicht so verraten kann. Ich habe jetzt hier nicht so etwas geschrieben. Es ist eine große Herausforderung, die wir hier sehen, wie wir hier sehen, wie wir hier sehen. ... und dann... ... und dann... ... und dann... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Willen wir essen? Nein, das ist ein guter Knäpplungs. 11, 2, das eine ist doch mal bauen, das ist kein Thema, aber ja 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 ich finde es nur auch ja 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 und trotzdem in ihrer inneren Geschichte überlegen, aber mir überbissen uns. Das wissen wir auch alles. Das ist auch wie in der Küste. Kriegen wir das Essen. Kriegen wir das alles. Pädagogik, das Beste wie ich meine. Die Mechanik. Die Mechanik. Also alles, was wir gefunden haben, ist jetzt immer safe. Und wenn wir jetzt Jura-Eggens-Essen haben, wir müssen halt sein Lucas Gönne Gönne bauen. Drei, vier Nahrungsschüsse. Und die sind fertig im Gesicht. Wir müssen dann auch eine neue Solare in den Dollar bauen. Und die Kommunikations-Einheit am Auge bekommen. Das ist alles machbar. Untertitel Manger. Wow. Ja, du hast... Ja, du hast... und den Bauern der Europläten auf, ich kann nie erhaben. So, den Bauern weg, den Bauern weg, und den Bauern weg. Also, da darf ich zwei, ähm, mein zwei Dings, da können wir, ich glaube, die Stimme können, die da bauen. So, ich glaube, dass es so weit ist. Wenn man jetzt gleich wieder will, dann kriegen wir dann was. So, die Bies bin beim auch gleich, wenn ich mit dem Bauern weggehe, und den Bauern, und den Bauern weg, die Bauern in den Bauern weg. Nein! Nein! Oh man, da... ... 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 Oh mein Gott, mein Mann. Wo ist das ganz gut? Ich weiß nicht, wie ich das Ganze mache. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze mache. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Obwohl ich das Spiel kann und ich finde das, es ist relativ schwierig, wenn man die Ressourcen noch mehr hat. Also essen. Sobald es läuft in den Tischläufer. Sobald es läuft in den Tischläufer durch die Brechung und wird jetzt auch aufbauen. Sobald es läuft, wird es in der 35-19-19-19-19. Sobald wird es in der Ressourcen, in der Stцевamt gesetzt. Sobald wird es in der Gruppe verbunden ist. Sobald wir das in den Tisch sidem nicht verlassen. Sobald es mit der Drittszeit auch in der Ressourcen. Sobald ho stealing und ho translating ein Spiel. Sobald du noch etwas jeden anst 好. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber... Und wir haben hier einen Tuchow-Tuch. Egal, das war das. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So. Dann gehen wir beim Bauern nach. Wir machen mit dem Weg noch. Nein. Aber ich möchte ja auch, wenn die neuen Augen schaffen, vielleicht mehr sehen. Aber ich werde mal sehen, dass ich meine Beidee und die neuen Augen aufbauen kann. Ich habe meine Beidee und die neue Augen aufbauen. Ich habe meine Beidee und meine Beidee und die Eine. Ich habe meine Beidee und die Eine. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wow. Beweyder all den mal 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 den kuchen bin ich steig sah und Wir haben auch noch einen Tag über, und wir haben noch einen Tag über. Okay, wir haben noch einen Tag. Okay, wir haben noch einen Tag über. Okay, wir haben noch einen Tag über. Mestern wir, was wir tun, dass wir wieder so genau gehabt haben, bin ich auch nicht immer. Aber wir sind auf einen guten Weg. Ihr werdet bitte vorarbeiten, was du willst. Das geht ja von mir. Das bleibt mir nur noch so lange. Bleibt gesund, wasch schlafen wir uns auf. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Da bauen wir das extra Geld. Und da treiben wir das in der Form hin. Das schlafen wird ein bis bottig. Das ist nichts von mindestens Güç Accounts. Vielen Dank.